In dieser Verlängerung mit zwei Toren und jetzt gibt es den Freistoß und es gibt Rot. Oh Scheiße! Der Kapitän macht es! Der Kapitän macht es! 4 zu 3. Und Schiele kommt und Schiele kommt. Und der rennt einfach nicht hin. Das muss Rot geben! Das ist ein neuer Rekord. In zwei Minuten. Das zweite war die rote Karte. 11 gegen 9. Jetzt hast du doch das was du wolltest. Kein Platz mehr. Ja! Ist das geil! 4 zu 4. Willkommen hier zum Finale Schiele gegen Deutschland. Ich übernehme Schiele und Mucke ist mit Deutschland am Start. Konfett Cup. Ja, wer gewinnt den? Es soll ja womöglich das letzte Mal sein, dass es dieses Turnier überhaupt gibt. Von daher für die Geschichte wäre es glaube ich ganz cool zum Abschluss den Titel auch zu bekommen. Finale! Oh oh! Ich mach dich fertig! Naja. 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 Ja, äh... Schiele und Deutschland haben ja in der Vorrunde schon aufeinander getroffen. Ja. Unentschieden ging es aus. Ja, bei uns auch. Bei uns 0-0 in der Real-Partie glaube ich war es 1-1. Huuu. 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 Oh, der Tor macht ernst hier. Oh, der kam da nicht mehr an. Schade, schade. Muss auch nicht. Aber dafür. Zack. Oh, wo fliegt denn der Ball hin? Huuu. 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 Wer gewinnt das Finale? Schiele oder Deutschland? Ein F davor für FIFA, ein R davor für die reale Begegnung. Ihr kennt das Spiel. Boah, hat der mich hier ausgetanzt? Boah, wie fliegt denn der hin? Nach vorne. Ich will ja auch ins Tor. Ja, aber Boateng hier ist kein Vorbeikommen. Oh, das kann natürlich ein Eigentor werden. Schade. So, der Schiedsrichter ist der gleiche. Ja. Janos Schlaf von Bodacuk. So, Özil. Ah, das war schlecht. Oh, Kedira aufgepasst. Gomez. Er wurde aufgehalten. Mhm. Wer wäre sonst drin gewesen? Querlatte, Pfosten, Unterpfosten. Der hätte alles getroffen. Mhm. Boah, der rennt hier. Der Orelana rennt hier. Und jetzt ist aber Schluss. Oh. Ich hab gesagt Schluss. Oh, was. Rauf da. Na. Ganz stark. Komm, 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 komm. Mann, lauf doch weiter. Hast du gesehen, wie leer das Mittelfeld ist? Ja. War geil, glaube ich. Sollte er sich auch beeilen. Ah, das ist natürlich traumhaft. Oh. Oh. Das war aber Bums. Ja, Respekt vor dem Torhüter hab ich ja. Der hat gegen Portugal alle Elfmeter gehalten. Ja. Die auf seinen Kasten kamen. Das macht mir schon Angst. Mhm. Mhm. Vor allem, wenn ein Herzegger den spielt. Mhm. So, jetzt ist aber Schluss hier. Oh. Ja. Jetzt ist Schluss. Kein Schritt weiter. Ja. Jetzt kannst du ja noch nicht mal zu schnellen Freistoß machen, du Pfeife. So, rauf da. Elf gegen Elf ist langweilig. Ja. 11 gegen Elf. Ja, ist so langweilig. Probieren wir's mal mit 11 gegen ein. Schön. Oh, das ist er hier. Geil gemacht. Oh ho 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 ho. Poストen in ein 1-0. 8 Der Fosten mag mich. Oh, schön Oh, ist das Gacke, Schiele in Führung Ja Wie in der realen Partie In der Vorrunde Geht auch Schiele wieder in Führung Nee, ach, das ist doch Also hier, bitte Ganz stark Ja, genau, der Bravo hier Die hab ich mir früher ganz oft gekauft Ja, mittlerweile sind da, glaub ich, nur noch YouTuber drin Also ich Hab sie schon ewig nicht mehr gelesen, aber Oder gibt's so eine Bravo für YouTuber Oh, Glanzparade Ich weiß es nicht Aber irgendwas hatte ich da, äh, mal gesehen Da gab's ganz viel Werbung von Aber die letzte brauche ich mir gekauft hab Oh, da war ich Junge Meine Güte Oh, der Kasten war leer Ich hab's extra so gemacht Extra so, dass der Kasten leer ist Schon wieder Ball verloren Deutschland drückt jetzt Oh, boah Der hat aber noch einen Drei gekriegt Oh, oh, oh Der ging leider daneben Dass bei dir die Pässe so geil angekommen heute Oh, oh, oh Kaum sag ich's, ne? Oh, ja Sehr gut, den haben wir doch Ja, schön geblockt Kein Abseits Gut geblockt Das war aber Hand hier Alles sauber So, jetzt Angriff Angriff Ah, zu früh Hier fehlen die Leute Ganz stark Torwart Oh, okay Der hat keine Lust Der hat keinen Bock Oh, Schiedsrecht, der Der wollte schon wieder mitspielen Na Da muss dann aber mehr Schmackes hinter Wenn du es so passen willst Oh, 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 oh Was ist das denn? Oh, sowas hab ich ja noch nie gesehen Das ist doch kein Pass, ey Jetzt haben wir Platz Naja, nicht mehr wirklich Oh, das war viel zu einfach Das war schlecht Oh, Gommes Oh, du Pfeife So, Schiele Was machen wir? Oh, Gott Warum frage ich? Jetzt geht's los Oh So, Nahspielzeit Gibt's diesmal Ein Tor? Nein Nee Diesmal nicht Oh So 1-0 Schüsse haben wir gleich viel Ich hab mir aufs Tor gebracht Du aber mehr Ballbesitz Schussgenauigkeit bin ich besser Passgenauigkeit die du Ja, also ich würde sagen Ausgeglichen Der erste Durchgang Bis jetzt ja, ne Ja Aber bei mir hat der Pfosten mitgespielt Scheiß Pfosten Oh, das Pfeifkonzert Ja, das Plackab-Pfosten Schiele Ach, schade Krieg den Ball Nicht rein Özil Schön schnell Aber ich bin zweikampfstark Naja Ja Gegen mich würdest du alt aussehen Ich der McDonalds Ich der McDonalds-Pommes-Panzer Ich bekam mich auch Niedergegrätscht Komm Na 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 Immerhin mal ein Schüsschen Oh 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 Ganz stark gespielt Richtig schön kombiniert Das muss es sein Och, wie oft habe ich den Satz gehört In der Saison Ja Draxler, der kann nicht mehr Oh Oh Elfmeter hier, du Pfeife Nee, Geld für dich Ich fiege noch Geld, du Idiot Schiedsrichter, Beleidigung Arschloch So, jetzt habe ich ihn beleidigt Jetzt fliegt er gleich Oh Ach Oh Die Latte Fast der Ausgleich Komm, rauf da Hallo Oh Oh, das musst du doch mal langsam pfeifen Also das war ein gezogen Ein Ein geziel im Strafraum Dann ist er nicht mehr feierlich hier Ja Ich kenne die Regeln nicht Typisch Russe Oh, schon wieder So, gut so Deutschland rett die Zeit weg Haben wir noch Mann, 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 Mann So Alter Schwede Das ist doch krank hier Ja, Janus, was gibst du da jetzt Nur gelb Oh, bist du ein Idiot Geil Gute Einstellung hier Alter Der pfeift gar nichts Der pfeift ja gar nichts Ich habe das so vermisst hier Nee, aufpassen Gut, 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 gut 20 20 Minuten noch Hallo 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 Geht da mal her Oh, bist du Ja Oh Gott Oh Gott, oh Gott Das tut ja jetzt langsam weh Hallo Oh Oh, komm Das ist doch Ich glaube, ich war elf Meter für dich hier Quatsch Das war jetzt die vierte Vorfall im Strafraum Also langsam reicht's Jetzt haben wir Platz Komm, jetzt erhöhen wir das Tempo Schön Oh, nee Okay Schade Was machen wir? So Unterstützung fürs Mittelfeld Und den Gelbverwandten nämlich heraus Damit du weiter brutal morden kannst Ja, morden ist das noch nicht Ich könnte das mal versuchen Ja, das war natürlich schlecht Das war auch schlecht Das müssen wir aufpassen Ja, das ist natürlich eigentlich die rote Karte Ja, klar Oh, war das übel Nein Ja Genau, da muss er stehen Nee, da muss er nicht Ja, das ist ein bisschen ausgepfiffen Pfeife Oh, der ist aber schnell Götze Der verläuft sich Der verläuft sich auf den Platz Tor 1-1 Scheiße Mist Götze verläuft sich Oh, Schöne mit dem Treffer Ja So Geht's jetzt in die Verlängerung Oder Drehst du das Ding Oder drehst du das Ding nochmal Oder schafft Deutschland das auch noch in 90 Minuten Die Führung zu erzielen Nee, nee, nee Spannend Die letzten Minuten gehören immer mir Ach Gibt's doch nicht Boah, super Pass Vier Minuten noch auf der Uhr Im Finale des Konfett Cup Ja Özil ist tot Ja, das sehe ich Ja, der war tot Aber dafür kann ich nichts Ja, da muss ja so schlaff erst mal vom anderen hinrennen Ja Gebt Oh Was einsuchelt Was für ein scheiß Einwurf Nachspielzeit läuft Oh Ja Na, aber ja So Hier Oh, komm Ganz klar Und den mach ich rein Den mach ich rein Let's die Songs im Spiel In der normalen Spielzeit Oh Oh, schieß raus Ende Verlängerung Ab in die Verlängerung Die Verlängerung, ja Oh Mann, oh Mann Richtig krank So muss das im Finale sein Huh Ja, wir sehen uns gleich In der Verlängerung Genau Oh Ja, schaut euch das mal an Verlängerung Auch hier Im Stadion Gehen die Lichter mittlerweile an Ja, so lange hat das gedauert hier So, also Aber das ist dir Schiri schuld Wir mussten Da kommen auf einmal neue Schiedsrichter Ja, los, lauf ist weg Mehmet Gildiras ist da Der hatte keinen Bock mehr Ja, deswegen hat sich das Ganze jetzt ein bisschen nach hinten gezogen Ja, ganze fünf Stunden Wir mussten erst mal extra einfliegen lassen So, also nach 90 Minuten Stand ist 1-1 Mucke mit der ersten Chance Ja, Deutschland will die Titel haben Ist doch ganz klar Ja Ah, scheiße Ja Was die hier sich freuen Das ist doch Zu Schieder Angriff Hä? Hä? Ah Hä? 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 Was ist denn hier los? Das frag ich mich aber auch Ja, wie die Verteidigung sich da hinten nicht einig ist Und dann sowas rauskommt Oh 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 Mehmet Auch Mehmet Stammt ja wieder im Weg Oh Oh Hummels Klasse Spieler da hinten Jetzt müssen wir mal ein bisschen Ne Zack Oh Zack Oh Der ist aber weg Okay Angespannte Situation Das war klar Oh Meine Güte Schieder Aufwachen Ich weiß es ist spät in der Nacht Schon so spätig Ja, aber Deutschland kommt besser in die Verlängerung Ja Aber macht zu wenig draus Ja, jetzt kommt Schieder Den hab ich schon drin gesehen Ja, ich auch Gut gemacht Oh fuck Nein Den hab ich verzogen Ja, ihr merkt es Er hat es sich selbst angerechnet Er hat mich mittlerweile verstanden Dafür haben wir acht Monate gebraucht Dass er selber die Knöpfe drückt Was ist denn hier für ne geile Musik im Hintergrund Da klingt es so, als wenn man Töpfe zusammenschlägt Vor die Party hier Ja Damals war es die Vuvuzela Heute ist es ein Topf Ah, falsch Da ruft die Mutti Es ist Essenszeit Abendbrot Bonne well Bonne well Oh fuck, sind wir fertig So, Kimmich Jetzt streng dich mal an Ihr setzt dich durch Oh nee, komm Ja Oh, setzt dich 30 Meter lang durch Und da wird es wichtig wird Gut gemacht Gut gemacht Oh, oh, Elfe Das ist wie verarscht Das war Körperkraft Ja Oh ho 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 Der reingegangen Schade, schade Das war nicht schlecht Hat mir gefallen Wenn wir Pech haben Was machen wir eigentlich Wenn es jetzt immer noch Unentstehen steht Das hat man ja noch nie Ne, das stimmt Ich habe auch vorhin schon dran gedacht Dann ist es die erste Halbzeit der Verleckung Geht ja dann nicht anders Ja Oh Gott Aber so weit denkt man noch gar nicht Es steht ja immer noch Immer noch 1-1 Ja Oh, Gomez Ja, geblockt Den hätte ich auch haben können Ja, finde ich auch Wie die immer alle vorbeirennen bei mir Das ist furchtbar Oh, das Na Hat der den ja gerettet Ja Wäre der Ball durch gewesen Jetzt Es wäre niemals abseits gewesen Ey, das musst du pfeifen, Mann Ja, und denn bei sowas, ne Ja, ja, klar Nee Direkt rot Direkt rot Da würde ich mal aufpfeifen Also als Zuschauer hier Das geht nicht Gucken wir uns doch mal an Also Ja, das war bald gespielt Okay, Chile mit einem Mann weniger Scheiße, scheiße Aber das beflügelt mich ja auch häufiger Häufiger Aber muss nicht immer Ja, die Mutti Ich Sie ist schon wieder hier Boah Was war das eigentlich hier, du? Ey Ja, komm Da sieht der Mehmet noch mal Grenade vor Recht Ey, hab ich den da wirklich gezogen? Nee, ihr habt den gar nicht gezogen Ihr habt gar nichts gemacht Wie geil war das denn? Was ist das für ein Scheiß? So, groß Oh, der war knapp Ja Der war sehr knapp Äh, nee Immer noch 1 zu 1 0 zu 0 in der Verlängerung Weil wenn das so weitergeht Dann wird das das längste Match überhaupt Ja Ah, der hat sich aber auffallen lassen So, jetzt Hector Gleich Na Was? Da steht gar keiner Scheiße Kimmich aufgepasst Oh, hier müssen wir Gut Okay, das war schlecht gemacht Ach du Mist Was macht der Torhüter da? In der Kerze Ja Hinterher Das war zu schwach Oh, vorbei Okay, die nächste Party Wir hatten in der letzten Saison War ja so um die halbe Stunde DFB-Pokal Das, also wenn das so weitergeht Ja Oh, da wäre ein neuer Schox los gewesen Scheiße Nachspielzeit wird angezeigt Ich weiß nicht wohin Das ist ganz schlimm Machst du mir die ganze Räume zu Hau ab Ja, Mann So, die Nachspielzeit haben wir Drei Minuten Ja Götze Pfosten Und Weg damit Das gibt's nicht Alter Die Schusskurse Boah Na Ösel hier nochmal Dann war Hier unser Traumkeeper Ja Der Bravo Das war's erstmal Von Halbzeit Durchgang 1 Ja So Durchgang 3 Ja Du Mehr Schüsse Mehr aufs Tor Mehr Ballbesitz Bessere Schussgenauigkeit Bessere Passgenauigkeit Schiedler auch noch in Unterzahl Ja, mal gucken Mal gucken Aber ich habe ja gute Fernschüsse Das muss man ja sagen Ja Ja Ich Was war das denn Ein schöner Pass Achso Naja, die Definition von schön ist ja Oh, fuck Oh Gut gemacht von Neuer Gut gemacht von Schiele Schiele Oh, den hält er noch So, endlich mal eine Ecke Jetzt ist hier Platz Und schon wieder nicht mehr Boah, wie schnell Die Schiele hinter dem Ball kommt Das ist ja furchtbar Hm Nee Och Ich hasse einen Oh, Mehmet Ein Würfel Mehmet hat mich geblockt Guter Mann Ich pfeife, du Obwohl, so gut ist er auch nicht Er hat mir Rotgit gegeben Also Das musst du legen Nee, geht nicht anders Oh, energisch Ja Da sieht der Mehmet keinen Spaß Ach, schade Oh, Ecke Nichts war das Ui, ui, ui War ein Abbautech, aber Kopf hingerauen Und meine Fresse Den Kopf gleich mitgeschmissen Da, ich höre jetzt auch den Topf Ja, ne Ist das bei dir? Nee, das ist nicht bei mir Oh Hätte ja klappen können Ja Geht da mal einer ran Scheiße Ja, ma, ma, ma So Jetzt aber, jetzt aber Draxlad, jawohl Nein 2-1 Deutschland Nicht gut Sehr gut Sehr gut Oh, guck mal Wie der sich freut Er flippt ja völlig aus Pass auf, gleich kann er nicht mehr laufen Weil er geschafft ist So, kann Chile nochmal kommen? Ja, natürlich Also das ist doch jetzt hier keine Herausforderung Oh, scheiße Das ist viel zu viel Platz Ah, da, 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 da Und Deutschland am besten jetzt direkt Deckel drauf machen Am besten da 3-1 machen und dann ist Schluss mit lustig Mann, ja, ich Komm, Connor, Tolo 汗 Oh Komm, explain Komm Oh, komm, i'll Gut gehalten Fuck, fuck, fuck. Der Kapitän. Oh, der ist natürlich unhaltbar. Scheiße. Boah. Schade, schade, schade. Fuck, der ist weg. Was, du hast? Ich hab, ich hab. Hä, war ich da dran? Warst du da dran? Voll der Bug hier. Ich hab, ich hab's nicht gesehen. Weiß nicht, hab ich grad gepennt? Ich hab das nämlich auch nicht mitbekommen. Och, das Besteck. Da klimpert überall. Der komische Topf hier. Unsere Mütter schreien, dass es Abendessen gibt. Ja. Immer noch. Macht Feierabend. Wir haben Hunger. So, Freistoß. So, Viertelstunde noch in der Verlängerung. Deutschland führt. Noch. Oh, dass diese Pässe jetzt nicht ankommen, ist wirklich ärgerlich. Das ist gut. Die kamen sonst die ganze Zeit an? Ja. Ganz stark durchgetankt. Oh, fuck, fuck, fuck. Halleluja, war das geil. Jetzt zieh doch mal. Oh, macht der das geil. Macht der das geil. Das 1 zu 1. Der Kapitän. Jetzt hat er ihn. 2 zu 2. Genau, vollkommen rechtlich. 2 zu 2. Ja, er kommt schon nicht mehr mit. Ei, der Schwede. Aber was für ein Tor. Oh, das wird mir ge... Oh Gott, jetzt komm Deutschland, komm. Meine Fresse, geil gemacht. Du und deine Lupfer, die hast du echt trainiert in der letzten Saison. Ja. Es wurde mir ja auferlegt, dass ich da drin zu schlecht bin. Bist aber auch eine Pfeife, du. Nein. Ich wollte doch nicht Ösel auswechseln. Kannst du nochmal machen? Ja. Gut. Es könnte das längste Spiel unserer FIFA-Geschichte werden. Ja. Könnte. Ich habe bisher keine einzige Verlängerung verloren. Alle gewonnen. Wieder den falschen Spieler angepfiffen. Oh, da kommt jetzt aber eine Macht. Der Kapitän, komm weiter. Ja. Der steht nicht mehr auf. Der Kapitän hier. Komm, spiel zum Kapitän. Ja. Er holt die Ecke raus. Oh, fünf Minuten noch. Ein bisschen. Schade. Wo sind der Kapitän? Das ist doch deine Seite hier. Kemmich ist verletzt. Der Erste, der schwächelt. Das wird nicht der Letzte. Der Erste. Ja, so lange wie das Spiel hier schon dauert. Und, 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 und. Schürrle. Schürrle. Gehalten. Keeper nochmal. Ganz stark. Ja, also rot. Super. Es geht hier um den Titel. Oh. 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 Und Schiele ja nach wie vor in Unterzahl. Aber, das ist jetzt hier egal. Müller. Oh, der ist noch. Da müssen wir zurücksprinten. Weg damit. Oh, scheiße. Drei Minuten. Ganz stark. Oh, fuck, ey. Das sind die letzten Aktionen hier. Und da haben wir nochmal Schiele. Und Deutschland. Und vielleicht nochmal Schiele. Nein. Es gibt die zweite Hälfte der Verlängerung. Ja. Scheiße. Oh, Gott. Was ist das hier? Ist das geil. Das wird ein Monster-Part aus. Das wird so an. Das kann man nicht stoppen. So, Freunde. Also, kurz hier nochmal schauen. Ja, in der ersten Hälfte der Verlängerung hat der Mucke mehr Chancen. Mhm. In der ersten Hälfte. Ja, wir sehen uns gleich wieder. Ja, in der zweiten. Die dritte gibt es nicht. Das sind wir wieder am nächsten Morgen. Guckt mal. Die Sonne gerade aufgegangen. Ja, alles sind so mitgekommen. Schiele gegen Deutschland. Zweite Hälfte der Verlängerung. Er steht 2 zu 2. Mehmet ist uns treu geblieben. Ja. Nicht so wie Janislav, der einfach abhaut. Ja. So, ich musste mal wieder das Trikot wechseln. Erst dunkel, dann war ich hell. Jetzt bin ich wieder dunkel. Ja, das hat hier mit den Lichtverhältnissen zu tun. Ja, das auch mal sieht man sonst nicht. So. Können wir jetzt endlich mal eine Entscheidung erzwingen. Ansonsten kriegen wir ein kleines Problem. Das stimmt wohl. Es ist auf jeden Fall ein neuer Rekord. Und das hier im Confed Cup Finale. Ach du Kacke. 3-2. Nach zwei Minuten. Ja, Bravo hat aber schön mitgeholfen. Der wäre nämlich daneben gegangen. Ja. Der hat wohl nicht gut geschlafen. Nee. Ich hab zu viel Kaffee. Aber wenn du guckst, der war so dran und dann ballert der den da so rein. Ja. Mit der Hand. 3-2. Müller trifft. Dass man das mal erleben darf. Ja. Was für ein schlechter Beginn. Ja. So. Jetzt machen wir mal den Deckel drauf hier. 3-2. Das kann so nicht angehen hier. Es ist ein neuer Rekord. Das wird das längste Spiel aller Zeiten hier in der FIFA-Geschichte, die wir haben. Ja. Das wird also am Ende ca. 45 Minuten gehen, oder? Es könnte sogar knapp 50 Minuten gehen. Oder 50 sogar. Meine Güte. So. Neuer. Aber so muss halt ein Finale sein. Oh, Gommes. Ja. Und natürlich kriegen wir natürlich so ein Finale natürlich nicht gebacken. Ne. Oh, schade. Mann, da ist ja richtig viel Platz für Müller. Hallo? Hi. Ja, das war klar. Und jetzt nach innen und da durchstecken. Ah. Das war nix. Das war nix. Ne. Der war wirklich schwach. Ich brauch den Kapitän wieder. Alexis Sanchez. Mhm. Genau. Oh. Da war er. Hat den Ball aber gleich her geschenkt. Ach, das kann man nicht pfeifen. Nö, nö, nö. Oh. Gut gehalten. So geil. Gelbe Karte für mich. Ja. Weil du einfach scheiße spielst. Ja. Oh. Oh, die geht ein bisschen sehr hoch. Warum fliegt die so hoch? Keine Ahnung. Gut gemacht. Verletzt. Wieder ein Schlag in die Fresse. Ja, ne, also wirklich. Ja, das schießt ihm auch noch vorm Kopf. Also ist da los. Oh, wie Mehmet guckt du. Machst du das nochmal, ne? Ja. Dann ist aber ja Ende im Gelände. Das war ein schwacher Pass. Oh, Gommes. Oh, wie der humpelt. Ja. Hey. Özil. Oh. Ey, der hat die Kasten her und trifft die Kasten nicht. Alter, was macht ihr denn jetzt? Setzt euch da mal durch. Groß. Ach, das war zum Verletz. Pfosten von Mucke. Ja, an einem leeren Kasten. Ja. Das verstehe ich auch, warum Arsenal keine Chance hat. Oh, scheiße. Da kriegt er seinen Fuß noch hin. Sonst gut gespielt. Schöne Möglichkeit mal. War zu kurz. Sollte da hinten hin. Also langsam hat sich Neuer warm gehalten. Ja. Kaffee wirkt. Die haben frühmorgen. Haben wir. Zack. Oh. Der fliegt Neuer fast mit rein. Der war so stark, der Schuss. Oh, Müller. Schieler jetzt. Jetzt kommt hier ein Schuss und hat am anderen geflogen. Neuer wieder dran. Scheine Fresse. Ecke. Schon wieder Neuer. Aber da können wir den nochmal reinbringen. Nochmal Neuer. Und der Hände überschwiegt sich hier noch. Nein. Und wieder Neuer. Ja, also ich glaube von den Schüssen habe ich dich jetzt mittlerweile überholt. Neuer mit neun Paraden. Noch eine Ecke. Noch eine Ecke. Ich komme hier nicht mehr raus. Nachspielzeit wird auf 10 Minuten anberaumt. Okay, du willst die 50 Minuten im Part knacken, ne? Ja. Gut gemacht. Von Deutschland kommt gar nichts mehr. Ne. Ah, der sollte nach oben. Ne, das hätte ich jetzt nicht gepfiffen. Hat er auch nicht. Schiele. Er schmeißt sich Boateng so schön rein. Ah, den haben wir natürlich verzogen. Das war sehr hoch. Ja. Souvenir für den auf der Straße. Der Autofahrer kriegt ein Ball vom Kopf. Oh, was war das für ein Pass? Müller. Was ist jetzt EA? Oh, 11 Meter. Ja, das tut mir leid. Aber wenn das hier so ruckelt durch EA, dann kann auch ein Torwart da nicht durchsehen. 11 Meter. Wir gucken uns das nochmal an. Ja, puh. Geh in die Stille. Kamera ist ausgefallen. Wir sehen nur noch Zuschauer. Das ist EA hier. Aber voll. Geht nicht mehr weg. So. So. So, der Elfmeter-Killer. Özil. Ach du Scheiße. Mein Elfmeter-Killer macht das. Ah, zack. Nein. 4 zu 2. Scheiße. Özil braucht seine Nuckelflasche. Wollte ich gerade sagen. Oder heißt auf Deutsch in der Halbsterpause hätte ich gerne noch einen Kaffee. Aber wir waren dran am Ausgleich und jetzt so ärgerlich. Steht es 4 zu 2 für Deutschland. Ja. Aber wenn wir weiterspielen wie in den letzten Minuten, dann ist das hier noch nicht entschieden. Nee. Muss nur sitzen und Neuer muss schwächeln. Ja. Oh, fuck. Oh, fuck. Hey. Oh. Ja, 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 ja. Eckwelle 5 zu 1. Oh, und ich habe einen Verletzten. Oh. Du siehst mich nicht. Na, ist mir klar. Schade. Lass doch durchlaufen, du Idiot. Ich hätte gehabt. Das war nichts. Nö, eigentlich nicht, ne? Nö, nö. Naja. So, groß. Die Welt immer gefährlicher, die Dinger. Ja. Oh, Draxler. Der aufpasst hier, der Junge. Oh, scheiße. Hallo. Hi. Ja, geht doch, geht doch, geht doch. Musst du dich pfeifen. Zur Nachspielzeit. Das ist doch meine Phase. Und da vorne steht er, da vorne steht er. Genau. Oh, da hast du aber Glück gehabt. Oh. Na ja. Vier Minuten hat er angeraubt, wie er das hätte ich geschafft. Schade. Das war es erst mal. Vier zu zwei zur Pause. Und danach gibt es die letzte Halbzeit. Endgültig letzte Halbzeit. Schüss hat Muka mehr. Aufs Tor gleich viele. Du hast mehr Ballbesitz. Schussgenauigkeit bin ich besser. Passgenauigkeit. Du, Schiele, hatte eine richtig schöne Druckphase. Aber das konnten wir nicht ummünzen. Nicht wirklich. Jetzt überlege ich. Vor allem bin ich gespannt, ob Schiele noch die drei Tore schießen kann, um zu gewinnen. Ja, das schaffen wir. Es geht los. Letzte Halbzeit. Ich brauche auf jeden Fall meinen Kapitän wieder. Hallo. Da geht keiner ran. Da geht keiner ran. Ja, Ecke. Oh, der war nicht gut. Hä? Äh? Oh, warum springst du rüber? Nimm den mit und schießt selber rauf. Hä? Oh, was macht ihr denn jetzt hier alle? Ich spiele schon so lange. Die können sich nicht mehr sehen. Oh, ey, das ist doch wohl unverschämt. Der liegt verletzt am Boden. Das hätte den Elfer geben müssen. Aber die Töpfe haben sie auch wieder mitgebracht. Freustack. Freustack. Ja, die Mutter wieder. Schade. Schüsse 10-10. Alles eigentlich ausdrücklich. Ja, trotzdem führst du hier in dieser Verlängerung mit zwei Toren. Und jetzt gibt es den Freistoß. Und es gibt Rot. Oh, Scheiße. Ja. Richtig so. Ganz klar. Oh, das war aber knapp. Der Kapitän. Macht es! Der Kapitän macht es! 4 zu 3. Das ist doch ein Scheiß. Geiler Scheiß. Das ist ein Kerl. Endlich mal. Das ist natürlich noch eine Top-Position. Oh, den hast du. Ja. Super reingehauen. 4 zu 3. Und Schiele kommt. Und Schiele kommt. Und der rett einfach nicht hin. Das muss Rot geben! Das muss Rot geben! Das ist ein neuer Rekord. In zwei Minuten. In zwei Minuten. Das zweite Mal die rote Karte. Das hatten wir bei FIFA noch nie. Oh Gott. Oh, Hummels. Oh, Boateng weg. Ganz klare Sache. Und es steht 4 zu 3. Ganz klare Sache. Der Kapitän wieder. Ne. Den hat neuer. Oh Gott. Meine Fresse. Hilf Mann gegen 9. Jetzt hast du doch das, was du wolltest. Kein Platz mehr. Ja! Yes! Ist das geil! Yeah! 4 zu 4. Das muss man sich vorstellen. In, was waren das jetzt? 4, 5 Minuten. Zwei rote Karten. Zwei Gegentore. Ich hab gesagt, mit Schiele packe ich das. Ich hab jede Verlängerung bisher gewonnen. Und auch in diesem Rekordspiel. Zwei Rekorde haben wir jetzt schon aufgestellt. Oh, ey. In drei Minuten. Ich verbessere mich. In drei Minuten zwei rote Karten und zwei Tore. Das gab es noch nie in unserer Geschichte. Alter Schwede. Alter Schwede. Das ist ja hier heftig. Weg damit! Oh! Oh, ey. Ist das krass. Ja, und hier ist natürlich jetzt Platz wie Sau. Oder auch nicht. Und der Schaden wird zweimal angeschlossen. Ey, ist das... Ja, der ist doch... Oh, du gehst zu tot. Das gibt's auch nicht. Der Kapitän sieht Geld. Ja, komm. Das ist richtig so. Ich hab doch vorhin in der Pause gesagt, ich brauch den Kapitän. Der hat jetzt hier das Spiel vielleicht die Wände eingeleitet. Mal abwarten. Aber ist das ein Finale? Genauso muss das sein. Ja, hier ist Platz. Viel zu viel. Da haben wir den Kapitän. Aber der ist zu langsam. Ja, das ist immer so... ...ne Schwachstelle von dem. Die Geschwindigkeit fehlt. Oh, Götze hat sich wieder berappelt. Jetzt müssen wir aufpassen. Was für ein Match, ey. Meine Fresse. Wir holen hier aber auch alles raus. Das ist krank. Oh, 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 oh. Was für ein Pass. Oh, der ist von zu fest. Oder war der so? Ah, der war schwach. Ja, war schwach. 20 Minuten noch und es ist schon wieder unentschieden. Oh, schöner Pass. Can. Gut gestört. Ho, 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 ho. Oh, fuck. Ganz stark. Weiter. Oh, nein. Wie geil hat er den mitgenommen. Fuck, ey. Schlussviertelstunde. Ja, gut. Gebt mir den Ball hin, Sack. Oh, Matthias. Oh, Matthias. Ey, ist das krank hier. Ja, gut. Hätten wir nicht so hastig abgeben dürfen. Oh, scheiße. Der Kapitän. Der ist ja nicht der Schnellste. Da müssen wir spielen. Und das machen wir auch. Ja. Da haben wir nochmal den Kapitän. Der Aufstehen. Nicht beschweren, du Idiot. Oh. Das hat mir jetzt nicht gefallen. Er bleibt da einfach nur sitzen. Oh, fuck, ey. Keine Abseits. Keine Abseits hat der Schiedsrichter. Oh. Das gibt es nicht. Ab 5 zu 4. 5 zu 4 mit neun Mann. Was für ein Finale. Scheiße, scheiße. Das gibt es nicht. Und es sind immer noch acht Minuten zu spielen. Scheiße. Oh, grüße. Er war verletzt. Weiter. Hinten fehlt die ganze Abwehr. Also die halbe. Die besten Männer fehlen. Oh. Bei Özil rät sie alle um. Oh, jetzt ist hier Schiedl Druck voll. Oh. Der Pass kam nicht an. Özil. Der ist, der ist. Nee. Nein. Nein. Doch. 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 Vier Minuten noch. Oh. Das war Hand. Ich mein auch. Nein. Letzte Minute läuft. Fuck nein. Ja. Ist das ein Finale? Scheiße. 3-3. Oh fuck. Was machen wir denn jetzt? Oh fuck. Ich kann nicht mehr. What fuck ey. Was ist das denn? Ey, wir kriegen die 90 Minuten noch voll, weil ich jetzt richtig Fußballspiel, glaube ich, wenn das so weiter geht. Oh, ich bin fix und fertig. 5-5. Nachspielzeit wird angeht seit 4 Minuten. Da geht noch was. Ja, nochmal ein Freistoß hier. Der bringt ja alle um. Wieder gelb. Oh. Meine Güte. Erstmal landest du gelb. Ja, nächster Freistoß. Und nächste Karte. Gelb. Ich glaube, wir haben in dem einen Finale schon alles zusammen, wofür wir den ganzen Bundesligaspieltag brauchen. Scheiße. So, jetzt. Komm, komm, komm. Gubbis. 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 Der Ball ist noch heiß. Ecke. Die letzte Latte. Oh fuck. Jetzt. Jetzt nochmal. Komm. Pfeift nicht ab. Nein, er pfeift ab. Oh, 5-5. Nach zwei Halbzeiten? Zwei Verlängerungshalbzeiten? Bro, was machen wir jetzt? Weiß ich nicht. Nach drei Spielen steht es 5-5. Ja, keine Ahnung. Das machen wir jetzt. Das besprechen wir. Ich habe keine Ahnung. Elfmeterschießen können wir ja leider keins machen. Ja, das gibt es leider nicht. Guck dir mal die Schüsse aufs Tor an. 13 zu 17. Die ging ab hier. Meine Güte. Ja, vor allem diese himmlischen. Was waren das? Drei Minuten. In drei Minuten zwei Tore, zwei rote Karten. Was machen wir ja? Vielen Dank.